Hallo, ihr wunderbaren Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Liebesgöttin Venus versorgt euch mit guter Laune und Flirtstimmung. Euer Herrscher Mars steht allerdings zeitweise unter Druck und das kann euch gereizt machen. Versucht beruflichen Stress nicht in eure privaten Beziehungen hineinzutragen. Es gibt noch viele weitere spannende Aspekte für euch und wenn ihr das Bedürfnis habt, klarer durchzublicken und euch zu sortieren, bin ich gern für eine astrologische Beratung für euch da. Alle Infos dazu verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Chiron-Beratung gewinnen. Das ist für euch besonders spannend, weil Chiron ja für die nächsten Jahre durch euer Zeichen laufen wird. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, dazu gibt es mehr Infos am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Monat Mai. Alle Informationen über euren Erlebnishintergrund, also die Tendenzen, die das ganze Jahr über gelten, die findet ihr in meinem Jahreshoroskop als Video oder auch als Buch. Bitte informiert euch da gegebenenfalls nochmal. Es gibt nun zwei neue wichtige Einflüsse von den langsamen Planeten. Zum einen ist Chiron jetzt ins Zeichenwitter gegangen und das betrifft die Geburtstagskinder vom 21. bis zum 23. März. Aber auch bei euch anderen Widdern kann sich dieser Einfluss bemerkbar machen, wenn ihr Positionen im Horoskop habt, die diese kosmische Energie empfangen. Der Chiron-Transit ist besonders wichtig für euch, wenn ihr mit einer gesundheitlichen Situation zu kämpfen habt oder ein Angehöriger krank geworden ist oder wenn ihr selbst als Heiler oder Evolutionsagenten unterwegs seid. Alle Informationen dazu findet ihr in meinen Special-Videos über Chiron. Entdecke deinen inneren Heiler und den zweiten Teil Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Der zweite wichtige Einfluss ist der von Uranus, der diesen Monat das Zeichen Widder verlassen wird und in den Stier geht. Bis dahin bewegt ihr sich hier durch die letzten Grade eures Zeichens und das betrifft vor allem die Geburtstagskinder vom 18. bis 20. April. Aber auch alle anderen Widder, die dort Planeten oder Faktoren stehen haben. Dieser Einfluss bringt aufregende neue Möglichkeiten, vielleicht auch einen spannenden Flirt oder auch berufliche Veränderungen oder den Wunsch, sich aus einer Situation zu befreien und etwas Neues anzufangen. In Kombination mit der Venus, die im Zeichen der lockeren und lustigen Zwillinge steht, kann dieser Aspekt jetzt im Mai sehr schöne Flirt und Liebeschancen für euch mit sich bringen und überhaupt die Lust etwas zu unternehmen und aktiv zu sein. Jetzt wollen wir uns die aktuellen Konstellationen anschauen. Die Sonne steht jetzt im Stier, das ist günstig, falls ihr finanzielle Vorhaben habt. Während der ersten Monatshälfte habt ihr einige Aspekte, die den finanziellen und beruflichen Erfolg versprechen und auch die Möglichkeit, Gewinne zu machen. Der Mars steht noch bis zur Monatsmitte hier im Steinbock in eurem Karrierehaus und geht jetzt durch die dritte Dekade und das verspricht beruflichen Erfolg, aber auch Reibereien, wenn ihr nicht aufpasst. Ihr könnt euch aufregen, aber ihr könnt diese Energie auch produktiv nutzen und ganz viel geschafft kriegen. Der Romantik-Aspekt des Monats begünstigt vor allem Wiedergeborene, die in einer festen und vertrauten Beziehung leben. Wenn ihr glücklich seid und eine zärtliche Partnerschaft habt, wird euch das für allen Stress entschädigen und ihr solltet möglichst viel gemeinsam mit eurem Schatz unternehmen. Kritisch ist die Phase zwischen dem 12. und dem 17. Mai. Das ist eine spannungsgeladene Zeit, wo ihr Gefahr lauft, anzuecken und in einen Streit hinein zu geraten. Da haben wir nämlich eine ganz harte Spannung hier zwischen Uranus und Mars und das ist ja euer Herrscher. Und außerdem ist in dieser Zeit das Risiko erhöht, sich zu verletzen. Das gilt vor allem, wenn ihr ganz zu Anfang des Zeichens wieder Geburtstag habt oder auch andere Planeten auf ein bis drei Grad Widder habt. Besonders wenn es der Mars ist, dann müsst ihr echt auf euch aufpassen. Wenn ihr euch da kurz näher informieren wollt, empfehle ich euch mein Webinar Antonias Sterne. Da können wir nachschauen, ob und wie ihr von diesem Aspekt betroffen seid. Der Hintergrund ist eben, dass Merkur, Uranus und Mars zwischen dem 14. und dem 16. Mai alle praktisch gleichzeitig das Zeichen wechseln und sich dabei in Spannung zueinander befinden. Das ist eine sehr nervöse und störanfällige und auch reizbare Energie. Trotzdem hat dieser Aspekt auch gute Seiten für euch, denn der Mars im Wassermann, der bildet einen positiven Aspekt zur Widersonne. Nur eben in dieser kritischen Phase. Da müsst ihr auf euch aufpassen. Am 15. Mai ist auch der Neumond im Zeichen Stier und damit in eurem zweiten Sonnenhaus des Geldes. Für die Neumond-Meditation eignet es sich also gut, wenn ihr über eure finanziellen Vorhaben nachdenkt. Sowohl die kurzfristigen für die nächsten vier Wochen als auch die langfristigen für die kommenden zwölf Monate. An dem Tag wechselt eben auch Uranus erstmals vom Widder in den Stier und verlässt euer Zeichen. Die Widdergeborenen, die ganz zum Schluss der dritten Dekade Geburtstag haben, werden aber seinen Einfluss als Wunsch zur Erneuerung und Befreiung noch weiterhin spüren. Denn er wird noch mal rückläufig im November und geht erst im März 2019 dann endgültig ins Zeichen Stier. Und mit dieser neuen Energie werde ich mich ausführlich in meinem Special über Uranus im Stier beschäftigen, das Mitte Mai online gehen wird. Am 16. Mai geht dann der Mars in den Wassermann und das ist trotz anfänglicher Spannungen insgesamt günstig für die Widdergeborenen. Ab dem 18. Mai und bis zum Monatsende bildet der Mars mehrere günstige Aspekte zu den anderen Planeten und das merkt ihr daran, dass ihr schwungvoll und dennoch in Harmonie mit euren Mitmenschen vorankommen werdet. Am 19. Mai wechselt die Venus das Zeichen und geht bis Mitte Juni durch den Krebs. Das ist eine schöne Zeit für Familienaktivitäten. Vielleicht bekommt ihr dann auch Lust auf einen zünftigen Frühjahrsputz und wenn das Wetter schön ist, seid ihr bestimmt die Ersten, die zu einem Grillfest zu sich nach Hause einladen. Wichtig ist nur, dass ihr nicht träge werdet, sondern selbst mit anpackt. Aber da mache ich mir keine Sorgen, denn der Mars verleiht euch ja genug Schwung, um die Initiative zu ergreifen. Am 21. Mai um 4.14 Uhr morgens geht dieses Jahr die Sonne ins Zeichen Zwillinge und aktiviert dann für die nächsten vier Wochen den Kommunikationsbereich eures Horoskops. Das ist ganz toll, falls ihr noch Single seid, denn ihr kommt super ins Gespräch und wirkt auch sehr interessant und faszinierend auf euer Gegenüber. Es ist auch eine schöne Energie, um mit Freunden und Nachbarn etwas zu unternehmen. Insgesamt bietet euch die zweite Monatshälfte viele harmonische Einflüsse. Nur zwischen dem 24. und dem 27. Mai ist nochmal eine etwas kritische Phase. Nehmt euch dann an dem Wochenende ab dem 25. keine Arbeit mit nach Hause und lest auch nicht die E-Mails aus eurem Job. Eure Lieben würden das gar nicht gut finden. Unternehmt lieber was mit Freunden oder eurer Familie. Das steht unter guten Sternen. Der Vollmond am 29. in den Zeichen Schütze und Zwillinge hier steht sehr günstig zur Widersonne und betont eure Unternehmungslust. Insgesamt dürfte der Monat also harmonisch für euch ausklingen. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein riesen Echo ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.